Ich lerne Deutsch. Nummer 8121 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe heute schon so viel eingekauft. Soll ich das auch noch mitnehmen? Ich habe heute schon so viel eingekauft. Soll ich das auch noch mitnehmen? Ich habe Mohnblumen gepflückt. Sie schmücken mein Hochzeitskleid. Damit hast du das Problem gut gelöst. Damit hast du das Problem gut gelöst. Wenn man organisiert ist, ist ein Umzug gar nicht so schwer. Sei ein Förderer von Bildung und unterstütze Programme, die Bildung für alle ermöglichen. Sei ein Förderer von Bildung und unterstütze Programme, die Bildung für alle ermöglichen. Sie hat gerade angerufen. Sie kann nicht kommen. Sie hat gerade angerufen. Sie kann nicht kommen. Wir haben noch 10 Gläser dieser Honigsorte auf Lager. Wir haben noch 10 Gläser dieser Honigsorte auf Lager. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir haben noch 10 Gläser dieser Honigsorte auf Lager.